Mit einem guten Start holt man sich häufig einen Zeitvorteil heraus. Das gilt nicht nur, aber besonders bei einer Firmengründung. Und Zeit ist ja bekanntlich Geld. Ein guter und schneller Start ist für einen Unternehmer essentiell. Man redet dabei auch gerne von einem sogenannten Senkrecht-Start. Schneller ist besser, besonders bei der Eröffnung eines Kapitaleinzahlungskontos. Ein 2-Wochen-Prozess lässt sich dank der Digitalisierung in 17 Minuten erledigen. Und man muss dafür das Haus verlassen. Nach einem Eintrag ins Handelsregister braucht man natürlich auch ein Firmenkonto und Kreditkarte, um die finanziellen Ströme zu lenken. Stellen Sie sich vor, auch das lässt sich digital erledigen. Schon wieder Zeit gespart. Und? Man ist schneller einsatzbereit als die anderen. Mit dem richtigen Partner läuten wir einen Senkrecht-Start an. Alles online. Nichts. Alles online. Chines digging. Untertitelung des ZDF, 2020